Das Lohnunternehmen Reif liegt malerisch gelegen auf einem der höchsten Punkte Luxemburgs, in Trois Vierges. Der Aussiedlerhof ist einer der modernsten in der Gegend. Neben der Maschinenhalle und dem Ersatzteillager steht auch eine komplett ausgestattete Werkstatt zur Verfügung. Geführt wird der Betrieb durch die Familie Reif. Angeboten werden alle gängigen landwirtschaftlichen Dienstleistungen. Das Besondere aber ist die Arbeit im Dreiländereck, Deutschland, Belgien, Luxemburg. Für die 20 festangestellten Mitarbeiter bringt das Abwechslung und Spaß. Es ist aber auch immer wieder eine Herausforderung. 7.800 Quadratmeter fasst die 2009 erbaute Maschinenhalle. Alles hat hier seine genaue Ordnung. Grünlandarbeiten sind ein wichtiger Geschäftszweig des Lohnunternehmens. Denn viele Betriebe in der Gegend haben sich auf die Milchviehhaltung spezialisiert. Sechs Mähkombinationen mit Aufbereiter sind in der Grasernte im Einsatz. Und ganze zehn Pöttinger Ladewagen sind für die Bergung zuständig. Im Unternehmen Reif werden Mitarbeitermotivation und Teamwork großgeschrieben. Gemeinsame Besprechungen und Fortbildungen sind selbstverständlich. Der Besprechungsraum grenzt direkt an das Herzstück des Betriebes, die Werkstatt. Hier wird die Wartung und Reparatur aller Maschinen selbst durchgeführt. Ein Fabrikat dominiert das Bild des Betriebes, die Marke Fendt. 26 Fendt-Schlepper gibt es hier. Neben neuen Modellen wie dem 936 sind aber auch noch die älteren Traktoren, wie der Fendt-Favorit 626 LSA für das Lohnunternehmen im Einsatz. Ob Ballenpressen mit einer der sechs Rund- oder Quaderballenpressen aus dem Hause Krone und Glas oder Bodenbearbeitung – jeder Schlepper findet hier seine Aufgabe. Neben den überbetrieblichen Dienstleistungen bewirtschaftet die Familie Reif aber auch noch einen klassischen landwirtschaftlichen Betrieb mit 450 Hektar Acker und Grünland, 60 Hektar Wald und 75 Milchkühen plus Nachzucht sowie einem hochmodernen Getreidelager. Zum Fuhrpark des Lohnunternehmens zählen zusätzlich 8 Häcksler und 8 Drescher der Marke Klaas. Hinzu kommen die gesamte Rüben- und Kartoffelerntetechnik sowie eine Rübenwaschanlage. Rüben- und Kartoffelerntetechnik sowie eine Rüben- und Mitbewerbschanlage. Im Rüben- Vielen Dank.